Musik Hallo und grüß Gott zusammen. Das letzte Mal haben wir euch Ponchos und Überwürfe von der Schäferei Frank in Schinding vorgestellt. Die Schäferei Frank hat aber noch weitere interessante Kleidungsstücke. Und da haben wir heute für euch dabei Wolljacken. Aus reiner Schaufwolle. Und die wollen wir euch jetzt mal präsentieren. Die Walk-Kapuzenjacke aus dem Hause Schäferei Frank wird komplett in Deutschland gestrickt, gewalkt und genäht. Eine sportlich klassische wie auch modische Walkjacke, die mit ihrer geraden Passform sowohl von Mann als auch von der Frau getragen werden kann. Die leichte und zugleich sehr warme Jacke aus 100% reiner Schurwolle trägt sich im Frühjahr und im Herbst ebenso wärmeausgleichend und wasserdicht wie im kalten Winter. Mit der Kapuze sorgt sie für zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter. Das Rohmaterial wird ohne chemische Zusätze ausschließlich mechanisch und mit heißem Wasser gewalkt. Rein ökologisch also. Dadurch sind die Jacken auch für Allergiker geeignet. Dieses Modell ist erhältlich in den Farben Beige sowie in den pflanzengefärbten Tönen Anthrazit, Grün und Violett. Preis ab 250 Euro. Unser Fazit? Genau das Richtige für alle Outdoor-Liebhaber, die nicht frieren und dennoch modisch unterwegs sein möchten. Übrigens, die Coburger Fuchsschafe sind vom Aussterben bedroht. Durch den Kauf dieser Jacken sichert ihr auch ein Stück weit den Fortbestand dieser Schafrasse. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017